. Hast du mal dein Spiel im letzten Tor gesehen? Wie war meinst du? Hast du dein Spiel im letzten Tor gesehen? Dein Tor im letzten Spiel? Ah, okay. Also, wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt auch nochmal so einen Abschluss? Ach, berühmt. Nee, ich hab gar keine Zeit mehr. Ich schluck's wieder kurz? Ich schluck's wieder kurz. Ich bin die Tina, ich bin 20 Jahre alt und spiele auf der 6. Und bin heute die Farbe rot. Ich bin Marie, ich bin 16 und ich spiele auch auf der 6. Okay, gut. Die erste Frage ist, wer wäre die bessere Kabinen-DJ? Ja, perfekt. Nächste Frage ist, wer von euch beiden ist pünktlicher? Dann als nächste Frage, wer würde eher einen Pfeilschirmsprung machen? Sehr gut. Wer von euch beiden hat mehr Länder bereist? Wer von euch beiden ist ehrgeiziger? Sehr gut. Wer von euch beiden kann besser tanzen? Zeig euch auch einig. Wer von euch beiden ist mehr am Handy? Okay. Wer wäre die bessere Trainerin? Wer wäre die bessere Trainerin? Wer von euch beiden kann besser kochen? Kannst du kochen? Ich kann kochen. Ich kann auch kochen. Wer kann den Ball besser am Fußdschungeln? Ich hatte du. Nein. Wer läuft im Spiel mehr? Ganz klar. Danke für mich. Wer beherrscht mehr Sportarten? Wer von euch beiden lacht häufiger? Beide. Fast auch andauernd. Und du nach vorne? Nein. Wer schießt die schöneren Tore? Hast du bei deinem Spiel im letzten Tor gesehen? Wie war mein's denn? Was ist bei deinem Spiel im letzten Tor gesehen? Dein Tor im letzten Spiel? Okay. Wenn's mal vorkommt, dann du. Ja, okay. Wer hat den härteren Schuss? Perfekt. Wer ist besser mit seinem schwachen Fuß? Links oder rechts? Wer ist besser? Ich bin rechts, aber ich bin... Ja, das war's schon. Also wenn ihr wollen, könnt ihr jetzt auch nochmal so einen Abschlussplatz sagen. Nee, auf gar keinen Fall. Wollt ihr nicht? Ich bin so fünf. Du bist drei. Was soll ich denn sagen? Ja, sag einfach, das war's. Das war's. Mit. Das war's mit unserer Challenge. Das war's mit unserer Challenge. Danke fürs zu sehen. Mega. Danke schön.